Herzlich Willkommen zu Sensible Soccer. Das ist, ah, das Spiel macht nicht wütend. Spiele an, Playstation Spiele an. Äh, okay. Du hast wohl zwei Tasten überlegt sind. Einer ist schießen und so. Ähm, wohl eine Spielereihe, die es seit mehreren Generationen gibt, äh, Konsolengenerationen, so. Jetzt hier. Sprechen. Kreis, Kreis. X. Das war X. Schön, okay. Dann X. Okay, cool. So, X. Du hast wohl zwei Tasten nur, die belegt sind. Die Grafik ist absolut grottig. Also, wer spielt denn für wen? Ja, Grafik ist grottig, Technik ist grottig, also, ja. Ist halt irgendwie mega hässlich. Und mega schlecht. Hast keine originalen Lizenzen, aber ich, ich hab's nicht meinen bekommen, hier Teams, äh, auszuwählen. Das Menü ist so grottig aufgebaut. Ähm, erstmal kennst du nix. Also, das, was sie beschriftet haben, ist, äh, sowas von unleserlich und dumm gemacht. 20 Minuten sind vorbei. Okay. Bei Bayern München spielt nicht Öffenberg, sondern Affenberg. Das, äh, das huste ich. So, okay. Warte mal, ich bin jetzt schon... Gut angenommen. Ja, ich bin blau, ja. Aber irgendwie, macht ja alles selber. Okay, okay, also, steuern ist das schon, ja. Ja, wir passen. Okay, cool. Da hab ich's nicht mehr angepasst. Also, das Komische war ja, der lag ihm vorm Tor, und dann hatten wir das Spiel ja weggeschossen. Ja, super. Hättest du 95 kriegen können? 99, das ist ja absolute Blamage. Ja, dass die das überhaupt released haben. Ja, gut, vielleicht dachten sie sich, okay, ein paar Idioten werden das wegen der Lizenz kaufen, weil sie in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ja, gut. Er ist ja absolut grottig. Er kann's ja nicht mal gutreden, kann's ja nicht mal versuchen. Ey, die, die Abendlöte, die das von ihren Eltern zu Weihnachten oder so bekommen haben, können die Eltern ja auch nix führen. Ist ja schlimmer als Lizenzspiel. Komm. Ja. Ich hab rausgefunden, wie du ein Spiel simulieren kannst. Aha, cool. Zonen hab ich gar nicht gefunden, aber wie gesagt, das hat alles, alles keinen Sinn angehen. So, was ist hier an der Taste, wie du gelegt hast? 1, ne, 4. Ne, das finden wir jetzt. Okay, cool. Schön. Gut angenommen. So. Der versteht sein Handwerk. Sicher gehalten. Ja, Mainbank meinte, man hätte es einfach, äh, ne, so ein bisschen, äh, nostalgiemäßig in der 16-Bit, äh, Optik machen können. Ähm, haben sie aber nicht. Spoiler. Sie haben sich für etwas sehr hessliches entschieden, was einfach, äh, hessisch aussieht. Ja, hab ich gesehen. Wenn die Trikot fahren, nicht. Oder alles hier gleich aussehen. Gut mit dem Kopf, das ist richtig. Schön. Das war natürlich kein Fall. Komm. Der Ball war eigentlich, äh, oh Gott. Was schlecht, ey. Aber damals waren die Spieler alle gut, ne? Die waren alle gut. Ah, schon. Oh Mann, habt ihr gerade gesehen, wie die Kamera einfach nicht mitkam? Voll überfordert. So, jetzt setzt, jetzt. Das heißt, das Spiel überhaupt. Gott, ey. Zwei Bilder die Sekunde. Ne. Das Schwimmen ist... Was machst du da als Programmierer? Schreibst du dann, wenn du bei sowas arbeitest, in deinem Softball arbeitslos, ne? Empfindungsphase? Oder schreibst du wirklich hin, dass du bei dem Projekt dabei warst? Das ist doch peinlich. Steht sich doch keiner an. Arbeitslosigkeit kannst du erklären. Okay. Okay. Dann musst du halt so früh wie möglich drücken. Wahnsinn. Boah. Geiles Spiel. Ich hab... Tatsächlich nicht mal Bock, weiter zu spielen. Schönen Abend euch noch. Wir spielen deine Playstation-Spiel an. Bis dahin. Ich hab tyle, wenn du... Auf Wiedersehen. Ich hab... Untertitelung des ZDF, 2020